Halli, hallo, hallo, liebe YouTube-Gemeinde, hier ist dieser aus Dessau mal wieder für euch. Kennt ihr das nicht auch, wenn richtig schlechtes Wetter ist, ihr zu Hause sitzt und nicht wisst, was ihr machen sollt? Dafür kann ich jetzt Abhilfe schaffen, denn ich habe hier neun Dinge, die ihr machen könnt, wenn ihr zu Hause sitzt bei schlechtem Wetter und euch einfach langweilig ist. Viel Spaß! Ich kann euch als erstes empfehlen, einfach mal ein Buch zu lesen oder auch zu lernen, wenn euch das Spaß macht, wenn ihr so ein Strebertyp seid wie ich. Dann könnt ihr Musik hören, Musik machen oder einfach singen. Ihr könnt auch Tee trinken. In der kalten Jahreszeit eine super Variante, Tee zu trinken und Netflix zu schauen. Ihr könnt auch am PC arbeiten oder sogar zocken. Ein Tipp ist auch noch von mir, im Handy zu surfen oder Freunden schreiben oder einfach Freunden auch schreiben, denen ihr lange nicht mehr geschrieben habt. Ihr könnt euch im Kochen oder Backen ausprobieren und einfach mal was Neues ausprobieren. Was ihr auch machen könnt, ist Sport. Sportfrei! Legt euch hin und träumt von dem nächsten Urlaub oder vom schöneren Wetter. Was ihr auch machen könnt für die Betagten unter euch. Ihr könnt nähen, Handarbeit machen oder basteln. Ich hoffe, euch haben meine Tipps gefallen. Und jetzt, wenn das nächste Mal schlechtes Wetter ist, wisst ihr genau, was ihr zu tun habt. Dann kann ich nur noch sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag, eine schöne nächste Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich doch ganz schnell und aktiviert die Glocke. Hier in der Endcard seht ihr jetzt ein Video eingeblendet, was euch vielleicht interessieren könnte und den Button, auf den ihr mich kostenlos abonnieren könnt. Alles klar! Tschüssi! Tschüssi!